Okay, kommen wir zurück zu einem KW. Anzeichen des Parourgels ist ja relativ einfach, da macht man es nicht, wenn das nicht reicht. Hallo und herzlich willkommen zu Max Sport Studio. Heute spielt die Vikings gegen Allianz Rainbow Bursette. Herzlich willkommen. Was sind eure Eindrücke von den Mannschaften, liebe Leute? Können wir jetzt anfangen? Bitte schreibt es jetzt in den Chat. Ich glaube, mein Internet ist gerade am Abscheißen. Ja, schreiben wir heute noch mal, fangen wir an, oder machen die einen Stock im Arsch? Wo ist jetzt? Gut. Passt auf, dass ihr kein Mario mit Kart habt. Ich fahr mal Mario mit Linschlitter. Nochmal. Also ich fang jetzt direkt mit Mach-Bike an, weil ich vorhin mit Mach-Bike mehr Punkte hatte als wie zwei GPs mit Bowser-Bike. Falls irgendjemand den Stream siegt und merkt, dass es laggt, sagt Bescheid, dann mach ich den Scheiß hier weg. Was? Hat es irgendjemanden mitgekriegt? Also wir sind vorne nochmal gegen IV gefahren. Das ist ja in drei Sharks. Ja. Auf Krupa Cup, das kommt mir bekannt vor. Nein, auf Bowser's Festung wie... Ja, kann passieren, ne? Der Sharks ist aber relativ hart. Pumu war der dann. Der eine dodged auf 1 mit Stern. Ja. Wir haben gestern auch einen 3 und 3 gefahren und haben ungefähr... ...15 Blue Shades gehabt oder so'n. Hehehe. 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 Schön immer in einem Rennen drei Stück, so macht das Spaß. Hehehe. Und in einem Rennen auch ne... Und in einem Rennen auch ne... Auch ein Blue Shades gehabt. Einen Schock. Und den Blue Shades gechained. Einen Stern gezogen. Und dann ne dreifach Schock-Dodge-Kombo gemacht. Und der Erste auch den Blue Shades bekommt. Hehehe. Alter, ist das voll ungewohnt, wenn du das Gamepad in der Hand hattest. So nicht den GameCube-Control, oder? Das kenn ich. Oh, fachs. Also ungefähr so, wie wie man... Nein, okay. Okay. Oh, natürlich. Hey, die Idee hatte schon mal jemand. Hehehe. Wow, Max. Oh, jetzt baggen die. Ich hab'n Stern auf Handy Top 3. Der Erste auf jeden Fall. Ah, dann haben wir ihn getoppt. Soll ich mein Stern auf 4 mal einsetzen lieber? Oder ich bag dir? Ich bin grad letzter. Ja, aber die baggen... Ja, am besten mal schon. Ja, ich guck mal. Oh mein Gott, ich fahr rein. Ich hab'n Stern mal eingesetzt, ne? Du kannst ja... Ja, super. Ich hab'n Stern und hoffe, dass ich jetzt im... Wenn ich chaine, dass ich den Blitz... Das wär' mega. Oh mein Gott. Wie weit der Erste schon vorne ist, ey, krank. Der hatte glaub' ich noch Pilze auf 1. Ich hab'n Schock. Alles klar. Stern auf 6. Ja, boah. Ich hab'n Schäler am besten in meinem Item, oder? Wir haben keinen Dodger. Wir haben keinen Dodger. Ich zieh auf 4 noch, heißt C. Ich auch. Ja, sag's mal an. Eine Blu! Schieß! Ich hab' gesagt, gib nur ne Blu. Ich hab'ne Blu. Ich hab's keinen Platz verloren, letztendlich war's doch besser stehen zu wollen. Sonst hätten die noch alle Kat gezogen, oder sowas. Thomas? Ne, da gibt's doch bei KC gezogen, oder? Äh, ja. Das sind die, die immer über 100 Punkte holen, ey. Ja. Ich sollte mich auch mal Thomas nennen. Alles. Der Name bringt's, ja. Ich hab' gerade im Ergebnis, Green vom letzten Rennen, wo die Punkte hochgezählt werden, angehalten, und da merkst du, dass wirklich alle gleich gezählt werden, hoch. Weil da haben die ersten 4, 5 Punkte, und die letzten haben dann 4, 2, 1. Ja, aber erst Rennen mal. Muss. Okay. Genau, erst Rennen mal. Ja.